Ihr wollt natürlich wissen, was es zu gewinnen gibt und zwar verlose ich... Der Leute, was geht ab? Maximilian am Schaffen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wie ihr im Titel schon richtig gelesen habt, ich verkaufe meinen Hypeist Stuff. Viele von euch haben mich monatelang mit der Frage genervt, verkaufst du eigentlich auf Stuff? Und ich habe immer die gleiche Antwort gegeben, nein. Ich kann mich einfach so schwer von meinen Dingen trennen, aber ich habe heute entschieden, hier ein bisschen auszumisten und mich von Pieces zu trennen, die ich sowieso nie trage. Die hatte ich ein bis zweimal an, die verstauben hier nur im Kasten und vielleicht gibt es einen Besitzer, der Freude damit hat. Dementsprechend werde ich heute euch ein paar Pieces zeigen, die ich verkaufe und die ihr natürlich kaufen könnt. Freunde, bleibt auf alle Fälle bis zum Ende dran, denn ich verkaufe nicht nur Sachen, sondern ich habe für euch auch eine Überraschung. Es gibt am Ende des Videos, was zu gewinnen. Wo ich das Ganze verkaufe, ist natürlich ganz klar, es gibt für mich nur eine App und das ist BAM. Ich habe schon öfter von BAM erzählt, liebe Leute. Für mich die beste App, um hier wirklich preiswert Hypeist Stuff zu bekommen, sich sicher zu sein, keine Fakes zu ergattern, weil man ja auch mit Paypal abgesichert ist. Und hier einfach wirklich Spaß zu haben, Sachen zu erkunden, weil halt viele Dinge angeboten werden, die du sonst nirgends mehr bekommst. Das ist natürlich eine Werbekooperation, Freunde, wisst Bescheid. Ich empfehle keinen Scheiß. BAM gibt es überall schon, also egal ob iPhone oder Samsung, aber auch wenn du gar kein Smartphone hast. Dann kannst du den Computer von deinem Opa ausborgen, mit Windows 97 in das World Wide Web tauchen und dort BAM eingeben. Ist für alle jetzt schon möglich. Freunde, ihr kennt das natürlich alle schon. Es ist der alte Hut. Wir gehen auf BAM. Hier kann ich natürlich auswählen, möchte ich Streetwear, möchte ich aber vielleicht sogar Vintage kaufen für die Vintage-Fans unter euch. Aber ihr könnt natürlich auch mit dem Filter einstellen, um genau auf das zu kommen, was ihr sucht. Wie zum Beispiel Supreme in der Farbe Rot. Ein Shirt wollen wir haben. Vielleicht das Ganze in XL. Der Boy hat etwas zugelegt, wie ihr auch schon in den Kommentaren mitbekommen habt. Ich bin schon wieder am Tränen, keine Sorge. Und hier einfach den Standort kann man auch auswählen. Meistens in meiner Nähe am besten, weil dann zahlt man für den Zoll nichts. Gut, das Ganze anwenden. Und wir haben hier ein Shirt gefunden, das Supreme X Hysteric Glamour Fuck You Shirt. Auf das habe ich nicht so Lust, aber es gibt hier unterschiedliche Sachen, die man hier koppen kann. Und das ist alles mit den Filtern ganz einfach zu bekommen. Wenn du sagen möchtest, du willst das Shirt haben, easy as that, shootest du dem Boy einfach einen Text. Meistens hier schon vorgefertigt. Ich schicke dem das Ganze. Wenn mir das Ganze zusagt, gehe ich einfach auf seinen Kanal, schaue mir den Boy mal an, schaue mir die Referenzen an. Fünf Sterne ist immer nicht schlecht. Kann hier ihm folgen. Oder einfach direkt das Ganze koppen und über Paypal auschecken. Die Bezahlungen über Paypal immer am besten, weil Freunde seid ihr mit dem Paket nicht zufrieden. Oder habt ihr das Paket vielleicht gar nie erhalten. Dann einfach die Zahlung zurückziehen und die ganze Sache ist gegessen. Also hier kann dir keiner am Sack gehen. Mit Paypal ist das Ganze safe. Und das ist der Vorteil. Das Ding ist dann schnell mal da. Es gibt ja keinen Ermittlungsmann wie bei StockX zum Beispiel, der das vorher alles überprüft. Sondern das wird direkt zu dir geschickt. Und in ein paar Tagen hast du das Ganze. Ich habe mir schon mega viel bestellt. Auch vieles von dem Stuff, das ich euch heute zeige, habe ich auf BAMP erworben. Und gebe es wieder zurück in den Kreislauf. Das Ganze wird recycelt. Ich bin aber natürlich nicht das einzige Hypeist. Mir gleich folgen, die wir vorhin erst gehört zum Gewinnspiel dazu. Ich bin aber nicht das einzige Hypeist, das hier selten. Nein, es gibt natürlich auch andere wie zum Beispiel ApoRed ganz oben. Oder Ari Petrou, der biggest Hypeist auf England. Kennt man natürlich. Alle nutzen diese Plattform, also safe. Jetzt kommen wir zur interessanten Frage. Was verkauft der Boy? Also, was ich verkaufe ist zum Beispiel mein unglaublich... Gehärter! Mein unglaublich geiler Schneekamo-Hoodie von Antisocial Social. Den habe ich glaube ich zweimal angezogen. Der hing die ganze Zeit nur im Kasten. Finde ich mega geil. Der geht weg. Aber auch mein liebgewonnener Pornhub-Hoodie, Freunde. Den könnt ihr auch kaufen. Holt ihn dann einfach ganz easy in der Infobox. Habt ihn an meinem Kanal. Oder ein Supreme X Treasure Shirt. Das habe ich genau ein einziges Mal angezogen. Ein völlig unnötiger Kopf für mich. Natürlich auch ein Antisocial Social Club Shirt. Das passt mir einfach nicht mehr. Das hat die Oma gewaschen. Jetzt bin ich zu fett. Jetzt passe ich nicht mehr rein, weil es eingegangen ist. Aber auch noch viele andere Dinge. Wie zum Beispiel mein Fear of God Essentials Long Sleeve. Ich Idiot, habe mir das unabsichtlich zweimal bestellt. Also ich habe das einfach zweimal zu Hause. Ich weiß nicht, was da falsch gegangen ist. Eins verkaufe ich natürlich, hatte ich noch nie an. Also das könnt ihr jetzt koppen. Das Hochladen. Also wenn ihr selbst Sachen verkaufen wollt. Das Hochladen ist easy as fuck. Einfach hier dieses Symbol anklicken. Ein Foto aus eurer Bibliothek hinzufügen. Ich habe hier schon zwei gemacht. Eins, zwei. Die zwei einfach hochladen. Zurecht ziehen, sodass halbwegs ein Bild macht. Ja, ich habe mich nicht bemüht bei den Fotos, wie man erkennen kann. Dann einfach dazuschreiben die Betitlung. F.O.G. Essentials Long Sleeve. Zustand ist natürlich neu. Ja, habe ich kein einziges Mal getragen. Was brauchen wir? Bekleidung, Oberteile. Das ist die Kategorie. Die Größe ist beschrieben als Large. Aber Freunde, es ist ein X Large. Es ist wirklich, wirklich riesig. Stell dich gleich mal rein. Was wollen wir dafür haben? Bezahlt mit Zoll habe ich 130 oder so. Keine Ahnung. Weil das Ganze natürlich ausverkauft ist und nicht mehr gibt. Mama 150. Bisschen auf der Handlungsbasis muss auch sein. So, dann das Ganze. Farben. Ja, ist egal. Schwarz geben wir noch dazu ein. Condition ist nicht schlecht, wenn man die angibt. Condition ist der Zustand. Das ist in dem Fall 10 von 10, weil noch kein einziges Mal gerockt. Dann das Ganze auch fertig. Ich stimme zu, dass das Ganze authentisch ist. Und voilà. Das Ganze ist schon oben und ist jetzt auf meiner Homepage. Das war's. Also so schnell hat man was draufgestellt. Und easiest that kann das jemand koppeln. Dir einen Text schreiben über Paypal bezahlen. Beste Bezahlungsmöglichkeit. Und schon habt ihr Gewinn gemacht. Mal schauen, ob ich wirklich 20 Euro Gewinn mache. Aber auf Ehrenbruder Basis. Jetzt kommen wir aber noch zu etwas Interessanten, Freunde. Und das ist vielleicht für euch gerade diejenigen, die immer hoffen, dass sie für Retailpreis irgendetwas bekommen bei den Drops. Aber dass immer ausverkauft ist und dann einfach um das Vierfache angeboten wird. Da habe ich einen Tipp für euch. Und zwar Sneakernomics. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit, wie ihr besser und einfacher zum Retailpreis an die Dinge kommt. Das ist so eine Mitgeschafft. Da zahlt man 20 Euro, 20 Dollar im Monat. Und wird hier ständig benachrichtigt. Das heißt, wo ist gerade ein Restock passiert? Wo kann ich sofort zugreifen? Ihr bekommt dort eigene Cards zur Verfügung gestellt, die euch sofort in den ganzen Bezahlvorgang hineinbringen, so dass botmäßig das Ganze für euch bestellt wird. Der Vorteil ist, ihr könnt hier nicht nur eins bestellen, sondern drei auf einmal, was ein Riesenvorteil ist. Da gibt es eigene Gruppen, die schließen sich zu Gruppen zusammen, kaufen hier in großen Stilsachen ein. Ihr seid dann Teil der Community, dieser Gruppe und bekommt hier teilweise Sachen sogar unter dem Retailpreis. Und ihr habt Zugang zu Bots. Mit den Bots habt ihr euch natürlich noch mehr die Pole Position gesichert. Ihr habt da Verbilligungen auf Bots, die besten Bots natürlich. Und es gibt sogar noch Supreme Copping Tools. Das heißt, hier werden eigens Programme. Ich bin kein Programmierer. Also sinnhaftig ist das Ganze so. Ich breche es jetzt runter für den Endbenutzer. Tools, die dir helfen, schneller den Checkout von Supreme zu schaffen. Das heißt, vor allen anderen. Und du hast nicht die Gefahr, dass das irgendwie ausverkauft ist, bevor du dazukommen konntest. Das heißt, du wirst benachrichtigt. Du hast Gruppen. Du sparst dir Geld. Und du hast sogar noch Tools, die das Ganze beschleunigen können. Das heißt, Retailpreis fast unmöglich. Also meine Supreme TNF Jacke, die da hinten hängt, die habe ich beim Drop natürlich nicht bekommen. Und habe einfach mal 900 dafür bezahlt. Und jetzt liegt die Jacke bei 450 Euro. Also mega in den Arsch gebissen. 20 Dollar zahlt man da pro Monat. Aber mit meinem Code MAXTIAP bekommt ihr jetzt das erste Monat um nur 10 Dollar. Und man muss das Ganze als Investition sehen. Zum Beispiel beim letzten Drop war ja Supreme Swarovski. Da war glaube ich Retail für das Shirt 400. Jetzt geht das Ganze weg um 1000 bis 1200. Wenn du das schaffst und das verkaufst um 1200, hast du dir quasi 40 Monate gratis geholt. Oder du steigst halt früher aus. Finde ich mega praktisch. Habe ich mir persönlich schon zugelegt. Weil ich möchte natürlich in der Pole Position sein. Ich möchte die Drops schneller haben als alle anderen. Und ich möchte nicht jedes Mal den Reset-Preis dafür bezahlen. Natürlich kann sich hier jeder anmelden. Das ist für jeden erwerblich. Und ihr könnt das auch jederzeit kündigen. Weil sich da manche fragen, ja wie lange verpflichte ich mich da? Ist das ein Abo? Nein, ist kein Abo. Könnt ihr natürlich jederzeit kündigen. Wenn es für euch interessant ist, dann auf jeden Fall meinen Code verwenden, MaxVIP. Dann seid ihr schneller dabei. So Freunde, jetzt wird es spannend. Ihr wollt natürlich wissen, was es zu gewinnen gibt. Und zwar verlose ich BAMT-Guthaben, Freunde. Ich verlose zweimal 100 Euro an all jene, die jetzt auf meiner BAMT-Seite den Folgen-Button drücken. Unter all diesenjenigen, die neu dazukommen, werden zwei Gewinner ausgelost. Die werden dann von BAMT benachrichtigt und bekommen jeweils 100 Euro zum Schaufen. Also Freunde, jetzt schnell den unteren Link klicken. Schaut bei mir vorbei. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt schneller zu den ganzen Retail-Preisen zugreifen und holt euch den neuesten Scheiß auf meinen Nacken, auf meinen Tipp, Freunde. Ihr wischt Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde vermutlich nicht antworten. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war es von mir. Euer Maximilian.